Nachdem Herr Kottmann leider absagen musste, werden wir jetzt sozusagen diesen Reigen abschließen mit Frau Oppenbring. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Frau Oppenbring ist Geschäftsführerin der Initiative Urheberrecht. Das ist eine Initiative für die wahrscheinlich wenigen, die das nicht ohnehin schon sehr gut wissen, in der insgesamt 35 Verbände organisiert sind, Verbände und Gewerkschaften, und die die Interessen von insgesamt etwa 140.000 Urhebern und ausübenden Künstlern vertreten. Das ist eine sehr, sehr beachtliche Interessenvertretung. Sie arbeitet vor allem auf der Bundesebene, engagiert sich punktuell aber auch in den Ländern. Frau Oppenbring arbeitete zunächst für verschiedene Verlage. Das ist Ihre Praxiserfahrung, die Sie dort geholt haben, und dann, wo Sie auch auf der anderen Seite standen, für eine gewisse Weise. Das macht ihr sehr klug. Und kam dann 2002 als Geschäftsführerin des Verbandes der Deutschen Drehbuchautoren. Das heißt, dann sind Sie gewechselt in die Verbandsarbeit und Interessenvertretung der Urheberseite. Und dann, ich glaube, Sie sind, wann sind Sie zur Initiative Urheberrecht gewechselt? 2014, wobei ich schon als Geschäftsführerin des Verbandes der Drehbuchautoren aktiv war in der Initiative. Okay. Herzlich willkommen, wir sind sehr gespannt, jetzt die starke Stimme der Urheber- und Nassungsschutzberechtigten zu hören. Vielen Dank, ich werde mein Bestes tun. Also, vielen Dank für die Einladung. Es hieß so schön, ich soll Dinge erzählen, die noch nicht diskutiert wurden. Werde ich nicht machen, sage ich gleich. Impulse geben, zum Teil, hoffentlich. Visionen, eher nicht. Denn ich werde eine kleine Wunschliste vortragen, die aber wirklich direkt aus der Praxis kommt und sich in weiten Teilen auf das bezieht, was wir in den letzten Jahren sowohl im nationalen als auch eben auf der europäischen Ebene erlebt haben oder gesehen haben, haben durchsetzen können. Jetzt geht das nicht weiter, nein. Okay, vielleicht jetzt. Auch nicht. Gut. Nächster Versuch. Richtig, Manuel? Wo ist jemand, der mir vielleicht helfen kann? Sie schaden gerade den Urhebern, das sind nur Zitate von Urhebern und Künstlern, das können Sie nicht machen. Müsste eigentlich, ja, dachte ich auch. Okay, wir haben wenig Zeit, ich überlasse das Ihnen und guck mal. Das erste Zitat, genau, ist von Fred Brandersdorfer, Drehbuchautor, Produzent und Jurist. Wunderbare Mischung, ich liebe es sehr. Er sollte eigentlich heute sprechen, musste bedauerlicherweise absagen, weil er eine internationale Produktion mit auf die Beine stellt und deshalb woanders in Europa unterwegs ist. Ich hoffe, ich vertrete ihn würdig und ja, ich tue mein Bestes. In der Debatte um die Zukunft des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft hat ja das Verständnis für die Wahrung der Persönlichkeits- und Vermögensrechte für die Urheberinnen und Urheber schon mal zugenommen. Das ist schön und vielleicht kommt jetzt mein Hauptwunsch oder nennen Sie es Vision. Noch schöner wäre es, wenn sich der Gedanke durchsetzen würde, dass wirklich jede Nutzung und die angemessen vergütet wird. Wie man das macht, ob kollektiv oder anders, das kann man diskutieren, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Urheber und Künstler, dass jede Nutzung ihrer Werke angemessen vergütet werden muss. Ich werde ab sofort übrigens nicht mehr gendern, wir haben wenig Zeit und ich bekomme dann auch irgendwann den Knoten in der Zunge, das tut keinem von uns gut. Dass sich da etwas getan hat, sehen wir unter anderem daran, dass man wieder über geistiges Eigentum sprechen darf, das war ja lange Zeit verboten und wir haben es auch gemerkt in den Bemühungen der jetzigen Regierung, die in den letzten Jahren doch einiges geleistet hat, um die Situation der Urheber und Künstler zu verbessern. Aber nicht alles, was jetzt gesetzt wurde, ist schon perfekt oder ist ausreichend, um eben die Situation ausreichend zu verbessern und schließlich geht es ja um das Fundament der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ganz kurz unsere Forderung, ganz überraschend Urhebervertragsrecht. Beim individuellen Vertragsrecht muss zum Beispiel die Rückrufmöglichkeit der Rechte in jedem Fall weiter ausgebaut werden. Im kollektiven Urhebervertragsrecht halten wir unsere Forderungen bezüglich der Verbindlichkeit des Schlichtungsverfahrens bei den GVR und den Ausbau des Verbandsklagerechts aufrecht. Zum Urheberwissensgesellschaftsgesetz wurde schon erwähnt, geht ja in diesen Tagen wohl in die zweite, dritte Lesung. Es gibt einen aktuellen Kommentar bei uns auf der Website von unserem Sprecher Professor Pfennig. www.urheber.info ist die Website. Wir wollen hier nur noch mal kurz ergänzen, dass unbedingt dafür zu sorgen ist, dass die vorgesehenen Vergütungen, und die sind zahlreich in diesem Gesetzesentwurf, der wahrscheinlich jetzt gesetzt wird, ist zahlreiche Vergütungsverpflichtungen vorgesehen, also für die Autoren, aber auch Grafiker, Fotografen, Filmemacher. Diese Werke haben ja nicht nur hochbezahlte Professoren als Autoren. Diese Zahlungen müssen auch erbracht werden, denn in der Regel sind dort die Länder zuständig, eben für Bildung. Und diese Länder und auch die Kommunen, wenn es um die Kommunen geht in Teilbereichen, ist das ja so, zeigen den Rechteinhabern und den Urhebern in der Regel ihre leeren Taschen und das war es dann. Das heißt, schönes Gesetz auf dem Papier, aber in der Realität fließt zu wenig an Vergütung. Unser Hauptaugenmerk ist aber zurzeit die EU-Gesetzgebung, da insbesondere die Urheberrechtslinie und die SatCAP-Verordnung. Auch in Brüssel hat man erkannt, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen Urhebern, Künstlern und eben den Produzenten und Verwirtern. Und das wurde erstmals überhaupt im Impact Assessment und dann eben aber auch in der Urheberrechtslinie der Kommission klar so beschrieben und auch dann eben konkrete Vorschläge gemacht, mehr dazu später. Und für das Parlament, da muss man sehen, dass sich in den letzten Jahren auch einen Wandel vollzogen hat, dass die Aufmerksamkeit auf den gesamten Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft größer geworden ist, dass man das eben als einen wirklich wichtigen Markt, sowohl wirtschaftlich, aber eben auch gesellschaftspolitisch erkannt hat. Und da beispielhaft für mich immer der Bericht über eine kohärente Politik der EU für Kultur- und Kreativwirtschaft. Berichterstatter waren Ela und Morgano, 30. November letzten Jahres veröffentlicht, es steht alles drin, was wir brauchen. Es ist wunderbar, Schutz des Geigenseigentums, Verantwortung der Plattform, interessante wichtige Zahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung dieses Wirtschaftsbereiches, Bedeutung der Urheber für kulturelle und sprachliche Vielfalt und dann eben ganz wichtig, die Wertschöpfungslücke soll verkleinert werden, ist die Aufgabe an die Kommission vom Parlament oder von dem Berichterstatter und die Rechteinhaber, Künstler und so weiter sollen eben eine angemessene Vergütung bekommen. Ich könnte da weiterschwärmen, ich sage Ihnen nur, lesen Sie den Bericht. Das ist wirklich großartig. Wir als Initiative Urheberrecht sind eben zusammen mit Dachorganisationen unserer Verbände und aber auch Vertretern unserer Organisation in Berlin und Brüssel aktiv bezüglich der EU-Urheberrechtsrichtlinie. Das Richt fehlt schon, also es ist die Hitze. Jetzt beginnen einzelne Teile der Worte sich zu verselbstständigen oder zu entfleuchen. Aber es ist eben interessant, dass uns auch aus dem Ausland doch zahlreiche Fragen erreichen, denn das deutsche Urheberrecht ist schon wirklich für viele beispielhaft und gerade aufgrund der letzten Novellierung herrscht da großes Interesse der Kollegen in anderen Ländern. Konkret setzen wir uns ein bei der Diskussion. Ausbau des Urhebervertragsrechts, auch ganz überraschend. Es ist mehrfach heute darüber gesprochen worden. Es geht um die Transparency. Bei uns ist es Auskunftsrecht als Einschlagwort. Dieses Auskunftsrecht muss oder sollte unbedingt eben wie in Deutschland für die gesamte Lizenzkette gelten. Das tut es noch nicht. Es geht um den Bestseller. Herr Ewert formulierte es ähnlich etwas anders, aber es geht um etwas Ähnlichen wie den deutschen, auch in Europa mittlerweile fast berühmten Bestsellerparagrafen und so weiter. Value Gap 2 war das Stichwort. Das führt mich zu Value Gap 1, denn der andere extrem wichtige Punkt ist für uns die Verantwortung der Plattformen und hier insbesondere die Vergütung von Nutzungen, und zwar privater wie kommerzieller Natur. Wie gesagt, Value Gap gibt es ja verschiedene Überlegungen, wie man das schließen kann, und wir setzen uns dafür ganz überraschend auch natürlich ein. Und eine einzige Zahl, der Gesamtanteil des direkten und indirekten Werts von kulturellen Inhalten an den Einnahmen der Plattformdienste beläuft sich auf ungeheure 62 Prozent. Und die werden in der Regel gar nicht oder schlecht vergütet. Das heißt, noch einmal, ich weiß, Sie alle werden das schon häufiger gehört haben, aber man kann es nicht oft genug gesagt haben, die Anbieter sind auf die Werke angewiesen und entsprechend müssen dann auch die Vergütung folgen. Nochmal zu den noch konkreten Punkten. Wir schließen uns der Forderung der Europäischen Verbände SAA und der Fair Internet Campaign an. Das ist im Grunde, es klang auch schon an, eine quasi Fortführung der Vermiet- und Verleihrichtlinie, wo eben die Durchsetzung des Anspruchs auf angemessene Vergüte im Online-Bereich auch erfolgen soll, der dann, also ein unverzichtbarer Vergütungsanspruch, und der kann dann und sollte über die Verwertungsgesellschaften abgetreten werden. Das sprach ja auch Heiko schon an. Bezüglich der Zugriffe auf nicht kommerzielle Zwecke, auf fremde Werke, da unterstützen wir die Überlegung der Urheberrechtswissenschaft, dass eben bestimmte Formen der Nutzung, wie gesagt nicht kommerziell in dem Fall, in Form der Einführung einer Schranke legalisiert werden. Das würde auch ein erhebliches Konfliktpotenzial mit den Usern, mit den Verbrauchern aus der Welt schaffen. Also die Idee der Privatkopie und Verlängerung, all das haben Sie alle schon gesagt. Und alle haben zugehört und wir unterstützen das sehr. Es ist so, dass ein Problem, glaube ich, nur im Ansatz angesprochen wurde, was auch unbedingt auf europäischer Ebene gelöst werden muss, denn neuere Urteile, das EuGH, auch das wurde heute schon mehrfach ausgeführt, haben eben den Zugriff auf die Inhalte von Websites bedenklich erweitert, unter anderem durch das sogenannte Framing. Und das führt eben auch dazu, dass nicht nur zu Kontrollverlusten, sondern dass auch die Urheber und Künstler der wirtschaftlichen Vorteile einer lizenzierten Nutzung einfach beraubt werden. Das heißt, zustehende Honorare nicht fließen. Das ist schon in Teilen ausführlicher dargelegt worden, kann man auch bei uns auf der Webseite nachlesen, aber das ist, wie gesagt, etwas, was durch ein EuGH-Urteil dazu geführt hat, dass jetzt gewisse Dinge dringend repariert werden müssen, weil es eine Entwicklung ist, die eigentlich auch gar nicht im Sinne weder der Kommission noch des Parlaments ist. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Pirate Bay wurde auch schon angesprochen, das lasse ich weg, es wird später und heißer. Kurz zur Capsat. Wir fordern die Politik auf, in Bezug auf die Capsat-Online-Verordnung, also weder die Nutzer oder die Interessen der Sender, sondern die der Urheber und der Künstler und der anderen Rechteinhaber in den Vordergrund zu stellen. So einfach und simpel, es ist ausführlicher darüber gesprochen worden, aber das wollen wir einfach hier nochmal klar und offen sagen. ein paar, drei Sätze zu den Nutzern, zu den Verbrauchern. Wir halten es für relativ kurzsichtig, wenn die Nutzer, die Verbraucher und jetzt dann auch die Plattformen besser gestellt werden, denn es gibt viele Märkte, die werden ihre Geschäftsgrundlagen beraubt und ganz offen gesagt, Urheber und Künstler bedürfen des Marktes, sind Teil des Marktes und wenn die Geschäftsgrundlagen beraubt werden, hat das ganz klar zur Folge, dass es weniger Aufträge gibt und das kann weder im Sinne der Künstler und der Urheber sein, noch aber auch im Sinne der Bürger und denn auch das Angebot, das professionell erarbeitete Angebot in Richtung Piraten, Wir sind Repräsentanten von mehreren Millionen professionell ausgebildeten, professionell arbeitenden Künstlern und Urhebern und wenn das Angebot, wenn die Auftragslage verschlechtert wird, dann hat das auch eben negative Folgen für den User, Nutzer, Viewer, wie immer man ihn sehen, nennen möchte. In Bezug auf die SATCAP auch noch einmal die Streichung von Rechten und jetzt habe ich glaube ich nicht weitergeklickt, genau, die Streichung von Rechten beziehungsweise Nichtvergütung oder die Ausweitung von Rechten, also Stichworte Weitersendungsrecht, Kabelweiterleitungsrecht ist definitiv zu verhindern und es muss immer eine angemessene Vergütung eindeutig geregelt werden. Das möchten wir auch noch mit auf den Weg geben. Kurz zu den Mediatheken. Sie werden von den Urhebern und Künstlern nicht abgelehnt. Wie gesagt, es sind alle Künstler, oder in der Regel sind Künstler und Urheber der Meinung, je mehr und je besser sie gesehen und genutzt werden, desto besser. Aber in Bezug auf die Mediatheken haben wir das Problem, dass vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender und aber ehrlich gesagt auch weite Teile der Politik die angemessene Vergütung für die Kreativen, aber auch für die Rechtsinhaber nicht ausreichend berücksichtigt und das bei einer Ausweitung oder einer geplanten Ausweitung zum Teil einer erfolgten Ausweitung von Nutzungen, das geht gar nicht. Also hier besteht Handlungsbedarf sowohl auf europäischer Ebene, aber Bundesebene in Teilen, aber vor allen Dingen immer auch Länderebene, denn Stichwort Telemedienauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Noch einmal ganz kurz zur SADCAP. Die Ausschüsse Kult und ITRE des Europäischen Parlaments haben im Zuge der Abstimmung zugunsten der bestehenden territorialen, 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 nein, ich lasse es, Sie wissen, was ich meine, rechte Verbetung votiert und wir stimmen dem im Prinzip zu, aber der Markt muss funktionieren. Wir möchten an dieser Stelle wie so oft darauf hinweisen, dass die Urheber und die Künstler bitte an den Verwertungen dann auch angemessen vergütet werden. Ich könnte über all das und über andere Themen, Schutzfristen, über Persönlichkeitsrecht etc. gern noch länger reden. Ich glaube, wir lassen es erstmal dahingestellt sein. Ich glaube, ich habe zu den beiden Hauptthemen des Tages mich geäußert und würde gerne nur noch mal wiederholen, also die Interessen der Netzbetreiber, der Plattformen, der Nutzer sind natürlich in Teilen zu beachten, aber im Vordergrund müssen auf jeden Fall die Kreativen und ihre Partner stehen. Ansonsten fehlen entscheidende, wichtige Inhalte. Die Durchsetzbarkeit muss auch immer im Auge gehalten werden und das ist unsere Wunschliste auch an die neue Regierung, natürlich auch in Richtung Brüssel und jetzt habe ich auch da nicht weitergeklickt, doch hier ist es. Ein Blick hier in die Runde, gerade angesichts von Themen wie Plattformen, Ökonomie usw. halten wir es für sinnvoll, dass man punktuell dann doch verstärkt zusammenarbeitet und es gibt ja schon Bereiche, wo das ganz gut klappt, wo Urheber, Künstler, Produzenten, Verwerter auch gemeinsam agieren, sich auf jeden Fall ausführlich austauschen, mehr als früher. In anderen Bereichen klappt das noch nicht so, also ein Wunsch und ich schließe mit den Worten des bedauerlicherweise kürzlich verstorbenen Texts, dass Frank Dostal sagt nicht Content zu unseren Liedern, sagt nicht Value, wenn du Profit meinst und sagt nicht Freiheit, wenn du Kontrolle und Willkür willst. Dann danke ich herzlich und habe mich hoffentlich einigermaßen verständlich ausgedrückt und bin ich für Nachfragen natürlich gern zur Verfügung. Vielen Dank.